So, nun kommen wir zu der Meditation für unsere jetzige Haltung der Geduld, der Güte und der Gelassenheit. Und dafür benutzen wir ein Element, was uns sehr an diese Kraft, an diese ruhende Kraft erinnert. Und das ist in diesem Fall der Berg, die Bergmeditation. Und im Gegensatz zur Seemeditation, wo wir eine breite Oberfläche als liegende Position wählen, benutzen wir bei der Bergmeditation eine aufgerichtete Haltung. Und du kannst jedes Hilfsmittel benutzen, das dich darin unterstützt, in dieser Aufrichtung. Die Lehne eines Stuhls oder auch, wenn du sitzen kannst, ohne Lehne, da die Aufrichtung. Du kannst dir ein Meditationskissen, eine Decke, ein Kissen, was immer dich dabei unterstützt, zu sitzen. Auch gerne im Schneidersitz, aber das ist nicht notwendig. Aber hier diese Aufrichtung, wo auch unsere Scheitelkrone wie ein Gipfel in die Höhe ragt, ist hier zum Vorteil. Während du dich jetzt hinsetzt und dir eine ideale Position suchst, so wie sie dir angenehm ist, schauen wir mal etwas, was Berge eigentlich die Faszination des Berges ausmacht. Berge haben in allen Kulturen eine archetypische Bedeutung. Sie wurden als heilige Orte verehrt. Menschen schöpften aus ihnen Kraft, zogen sich in die Berge zurück. Es sind Orte der Kraft, der Besinnung. Beispielsweise der Olymp wurde als Sitz der Götter gesucht. Der biblische Berg Sinai wurde laut biblischer Übersetzung für das gesamte Volk Israels Zeuge einer Offenbarung Gottes. Und Moses erhielt dort die zehn Gebote. Zu allen Zeiten waren Berge auch und auch ihr Fuß bedeutende Orte auch zu ihrer spirituellen Erneuerung. Berge faszinieren, verkörpern magische Kräfte, magnetische Kräfte, majestätische Ruhe. Berge sind unverrückbar, zeitlos. Sie strahlen eine in Harmonie schwingende Unbezwingbarkeit aus. Und gerade vielleicht dadurch, je höher und steiler sie sind, versuchen Menschen, sie zu erklimmen, den Berg zu besiegen. Vielleicht um sich mit ihrer Kraft zu identifizieren, die Kraft des Berges in sich aufzunehmen. Um sich vielleicht für den Moment mit dem Berg in seiner Majestät, in seiner Kraft ebenbürtig zu fühlen. Und genau das werden wir jetzt in dieser Meditation erleben. Denn wir können uns diese wundervollen Eigenschaften verinnerlichen, um unsere innere Haltung und Entschlossenheit zu stärken. Das Bild des Berges vor unserem inneren Auge aufzubauen, hilft uns, unsere Achtsamkeit zu stärken. Der Berg als Symbol für das Verweilen in der Gegenwart und Stille. Und während du jetzt da sitzt, aufgerichtet, dein Gesäß fest auf deiner Unterlage, auf deiner Sitzfläche spürst, auch wahrnimmst, wie der Atem in dich einströmt. Und du vielleicht deinem eigenen Atemrhythmus nachlauschen kannst. Und die anderen Klänge, die sich mit diesem Atemgeräusch verbinden, die du jetzt um dich herum wahrnimmst. Ohne etwas zu wollen, ohne etwas zu tun. Nur sein und in Achtsamkeit verfolgen. Wie es dein Brustbein hebt. Und senkt. Wie du mit jedem Atemimpuls ein wenig in die Höhe wächst. Und unmerklich mit der Ausatmung wieder singst. Nimm wahr, wie es dich atmet. Wie du jetzt für diesen Augenblick deine eigene Schöpfung erfährst. Im Sein und nicht im Tun. Stelle dir einen Berg vor, dessen Form dich besonders anspricht. Beachte seinen aufragenden Gipfel. Wie auch seinen festruhenden Fuß. Die steilen und sanft abfallenden Flanken. Beachte, wie massiv der Berg ist. Wie unverrückbar. Unbewegt. Wie wundervoll. Soviel aus der Ferne als auch ganz aus der Nähe betrachtet. Eine in sich ruhende Schönheit. Mit einzigartiger Gestalt und Form. Und form. Vielleicht hat dein Berg einen besonders hoch und spitzaufragenden Gipfel. vielleicht auch mehrere ineinander verzahnte Zinnen. Oder ein flaches Plateau. Einer langen Tafel gleich. Vielleicht ist seine Spitze ganz oben schneebedeckt. Vielleicht im Nebel verborgen. Oder ragt überragend aus ihm empor. Dem Himmel. Dem Universum entgegen. Angeleuchtet. Vielleicht durch die letzten Sonnenstrahlen. Oder die ersten. Früh. Am Morgen. Wenn die Sonne aufgeht. Trägt der Gipfel ein Kreuz? Trägt der Gipfel ein Kreuz? Sind die niedrigen Hänge deines Berges bewaldet? Oder gibt es Flächen aus Stein und Geröll? Ragt der nackte Fels vielleicht weit bis zum Fuße hinab? Sitze einfach da und beobachte das innere Bild eines Berges. Was kannst du alles sehen? Was erkennen? Mache dir all seine Eigenschaften bewusst. Während du atmest und schaust. Versuche nun den Berg in deinen eigenen Körper zu versetzen, sodass dein Körper und der Berg vor deinem inneren Auge eins werden. Dein Kopf wird zum hoch aufragenden Gipfel. Deine Schultern und Arme werden zu den Bergflanken. Dein Gesäß und deine Beine werden zum Fuß, zur massiven Basis, die mit dem Kissen oder dem Boden oder dem Stuhl fest verwurzelt ist. Spüre all deine Dimensionen, deine Ausmaße. Lass auch deine Rückseite zum Berg werden. Ebenso wie die Vorderseite deines Oberkörpers. Erlebe in deinem Körper das majestätische Gefühl der unverrückbaren Stille, des aufgerichtet Seins. Erlebe in deinem Körper. Und Emporstrebens. Und Emporstrebens. Ausgehend von deiner Beckenschale, die in sich ruhend fest verankert auf dem Boden oder Kissen ruht. Die jeden Atemzug aufnimmt. Und die mit deiner Wirbelsäule in Verbindung steht. Die Wirbelsäule aufgerichtet, emporstrebend. Um in deiner majestätischen Würde, in Ruhe deine Krone, deinen Kopf zu tragen. Die Säule deines Körpers. Majestätisch von Natur aus. Majestätisch von Natur aus. Die Würde der Unerschütterlichkeit in sich tragend. Ganz und gar das, was du jenseits von störenden Gedanken, Worten und Bestrebungen hast. Eine zentrierte, verwurzelte, unerschütterliche Präsenz. Jetzt. Hier und jetzt. Atemzug. Um Atemzug. Immer mehr zum eigenen Berg werden. In sich ruhend. Während die Sonne über den Himmel wandert. Licht und Schatten und Farben sich von Augenblick zu Augenblick verändern. Unnachgiebig bleibt der Berg an seiner Stelle, während die Tageszeit und die Jahreszeiten ineinander wieder übergehen. Das Wetter sich Augenblick um Augenblick, Tag für Tag und Jahr für Jahr verändert. Stille, die alle Veränderungen überdauert. Wir erleben die Gedanken, die wie Wolken vorüberziehen. Wir nehmen sie wahr, aber halten sie nicht fest. Noch folgen wir ihnen nach. Immer wieder kehren wir mit unserer Aufmerksamkeit zurück zum Atem. und der Wahrnehmung, wie es dich atmet. Im Sommer liegt kein Schnee auf dem Berg, vielleicht nur die höchste Spitze. Oder in den Senken, die das direkte Sonnenlicht nie erreicht. Im Herbst ist der Berg vielleicht mit einem Rock aus feurigen Farben verhängt. Und im Winter von einer Decke aus Schnee und Eis. In der Frühling kommt auf den Berg Wiesen und Hänge erblühen mit leuchtenden Blumen und gewaltigen Mengen von Schmelzwasser, die zu Tal schießen. Das alles nimmt der Berg wahr, in Gelassenheit, in Ruhe und Güte. Gelegentlich ist der Berg von Wolken oder Nebel umhüllt, so wie es uns geht, wenn wir in Gedanken sind. Und dennoch hören wir nicht auf zu sein. Manchmal tobt ein Witter, Gewitter um den Berg, tosen heftige Stürme. Auf ihn passelt Regen nieder, Eis und Schnee. Doch dies alles lässt ihn gleichgültig, ob er zu sehen ist oder nicht, ob er im Sonnenlicht liegt oder von Wolken verhüllt. Ob es glühend heiß oder eiskalt ist. Der Berg ist einfach nur da und ist er selbst. Leidenschaft, leidenschaftslos, bedingungslos. Denn während all dies geschieht, Sonne, Wolken, Sterne sich um ihn drehen. Hört der Berg nicht auf zu ruhen. Keine Jahreszeiten, kein Wetter, noch sonst etwas von dem, was auf seiner Oberfläche geschieht, kann ihn im Inneren beeindrucken. Wenn wir in uns ruhen und dieses innere Bild in unserem inneren Auge entstehen lassen, können wir uns mit dieser ruhenden Kraft verbinden. Auch im Angesicht von Veränderungen in unserem Leben. Die Würde, die Geduld gehört in unserem Leben. Zu deinem Wesen. Auch die majestätische Kraft, die jeder Schöpfung inne wohnt. Denn du bist Offenbarung geworden. Erlebe dich in dieser Kraft und lass dich von ihr segnen. Verweile noch so lange, wie du möchtest, in der Haltung des Berges. Und jederzeit, jeden Augenblick in deinem Leben, wo Veränderungen, wo Ereignisse drohen, dich aus deinem Gleichgewicht zu bringen. Kommt zurück an dieses Erlebnis der Ruhe, der Geduld, der Gelassenheit in dir und der Güte. Zu allem Lebenden und vor allem auch zu dir. Dankeschön. 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 Dankeschön.